Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft LPT. Hey, ich dachte, wir spielen jetzt Happy Wheels. Ist klar. Und Ding Eddy, der blöde Sack, hatte vergessen, Tiere anzumachen, weshalb natürlich auch keine Schweine auf dem Widenland gespawnt sind. Irgendwie sehe Creeper und Skelette und ich bin mal ganz schnell weg. Und ich gehe jetzt Schweine töten. Alter, da ist ein Skelett. Scheiße, 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 Eisenschwert. Geh zum Einsatz. Los, los. Ah, fuck, ich habe ein Gammelfleisch, das kann ich auch essen. Ja, aber dann vergisst das du nicht ja selber, du Depp. Nö, ich vergischt dem ich doch nicht. Nein. Ich habe nur für kürzere Zeit Hunger. Oh Gott. Ja, und, passen zur Gruppe, mein Hunger hält noch 30 Sekunden lang an. So, da drüben spawnen jetzt nämlich ganz viele Kühe und Schweine und alles ist toll, ja. Siehst du, das ist so super. Und ich habe schon das Gerät gekillt, das sag mal noch gar nicht. Oh, nein, ich habe schon das Gerät gekillt, das sag mal noch gar nicht. Oh, nein, ich habe schon das Gerät gekillt, das sag mal noch gar nicht. Fuck, 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 oh ja, oh ja, oh ja, ja. Also, ich war gerade in E drin und dann kommt so eine Spinne auf mich zu und ich drücke immer die Tasten und aktiviere dann das Spotlight. Und dann konnte ich mir nicht mehr in Minecraft, ich will, dann kann man noch einen Creeper dazu. Und ich sehe, und noch einen Creeper, yay, stirbt Creeper. Und das sind Schafe, und ganz viel Kohle, und ganz viel Kohle. Wo bist du denn, Junge? CP zu mir. Ich kenne gerade ein Rosaschaf. Rot, neko. Warum sporniert hier? Nein, da ist eine Kuh. Ja, ein rosa Schaf war nicht hier. Ein rosa Schaf vor allem. Ja, da war gerade ein rosa Schaf. Als ob es gibt es ja gar nicht. Keine Ahnung, natürlich. Keine Ahnung, ich habe es zwar rosa. Das hat die Farbe rosa. Wie viele Wolle habe ich mit sechs Wolle? Passt. Als ich sie eisen und ganz, ganz, ganz viele Kuhle. Und Bogenschützen. Und ich habe nur noch ein paar Herzen und ich habe Hunger und ich bin am Arsch. Also ich habe zu essen. Ich will. Schon, aber ich mache mir jetzt erstmal ein Crafting-Table hier und ich baue mich mal die Höhle rein bisschen. Aber ich hatte schon ein Crafting-Table, Scheiße. Bist du safe, Junge? Ja, bin ich. Gut. Also ob ich ein Creeper hinter dir. Wo denn? Schade, ich dachte, du schreit jetzt rum. Also ich sehe dich nicht. Ja, ich. Du bist unserbar für mich. Warte mal kurz. Ich gehe mal kurz raus und wieder rein. Ja, danke. Das sind meine IPs. Du hast so weit bist an, denke ich. Also ich sehe dich nicht. Echt nicht? Ich sehe doch jetzt sehe ich dich. Oh, fuck. Oh, fuck. What the? Oh, fuck. Warte, ich bin unter Wasser. Warum bin ich unter Wasser? Hä? Kannst du mich verarschen, Jungs? Ja, ohne Scheiß. Was brennt du denn da schönes? Fleisch. Boah, du geiler. Ja, natürlich. Was? Es kommt Wasser auf mich zu. Yay. Wir lieben Wasser. Hast du Fackeln? Nee. Warte, ich mach mal kurz. Ja. Hast du noch Eisen eigentlich? Du bist zwei Stück. Ich habe jetzt fast zwei Stakes Fackeln. Aber du hast da drin Eisen abgebaut. Wo? Ja, da drin, da waren noch zwei Eisenerz. Ja, eben. Das sind die zwei, die du hast. Ja. Okay, wir brauchen mehr Eisen und zwar definitiv. Ja, aber wir haben doch... Ach, ich hab noch sieben. Ja, genau das meine ich doch. Gib die mir mal bitte. Also du hast schon Eisenwerkzeuge. Ich will jetzt, äh, ich will jetzt, äh, geh mal her bitte. Ich hab noch gar nix, Junge, an Eisenzeug, außer schon. Gib dir einen Eisenarzt, dann geh ich Holz holen. Ja, ja, ich brauch auch... Ich geh für dich mit holen. Danke. Jetzt wenn's gerade Nacht ist. Gib mal ein bisschen Holz, Junge. Ja, Moment. Bitte sehr. Dankeschön. Ich geh jetzt mal den, äh, Holz holen. Du hast wieder aufgesammelt. Ah, ne, ich hab's. Nein, du hast es noch. Ja, ja. Oh, fuck, mein Inventer ist voll. So, jetzt machen wir jetzt ganz systematisch. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Geh mal so. Warte mal, die Stein-Druckplatte brauchen wir theoretisch nicht. Wo kommt der Scheiß-Zombie her? Mit seinem Blut, um zu laufen, laubenden Augen da. Vicky. Wo kommt der Scheiß-Zombie her? Mit seinem Blut, um zu laufen, laubenden Augen da. Vicky. Aber ich mach trotzdem Holz, weil ich möchte nachher mal vielleicht auch ein Haus bauen. Ja. Eben. Wie fleißen hast du noch? Äh, du hast mir ja die 3 halt gegeben, die hab ich jetzt von der Axt verbraucht. Alter, du bist zu dumm. Du Junge. Ich geh mal auf'n Baum hoch. Hab ich dir auch gesagt, dass ich Holz ferngehe. Aber wer macht das mitten auf'n Baum drauf? Ich arbeite mich von oben runter. Ja, ich hab's grad auch gemerkt. Dann würdest du nicht umbringen. Nein, eigentlich ja nicht, aber lassen wir's. Wer meldet sich jetzt bei Skype, ey? Alter, mein Inventar ist voll bis hin. Da hinten ist ne Schlucht, Junge. Geil, geh rein. Ich geh so ein Holz holen. Was? Da fällt das ganze Ding runter. Dein ganzes Holz fällt runter. Eigentlich ja nicht. Doch, da unten liegt ein bisschen was. Ah, ein bisschen was. Das kann immer sein. Ja, dann kann ich das hier aufnehmen. Gehirnsch aufmachen. Alter, das ist ne Riesenschlucht, Junge. Toll. Junge... Ich seh... Ach nee, das ist ein Creeper. Kein Gott. Komm mal. Komm mal. Wie kann man denn Creeper mit Gold verwechseln? Ja, von hier oben sieht das so aus. Wohl in meinem Text zurück. Junge, komm her. Nein. Ich glaub ich se Dias. Also. Schade, verdammt. Ich dachte, jetzt kommt er gleich hingesprungen. Ich seh da die Schlucht von hier oben. Heyo. Was glaub ich jetzt für einen Bogen? Ach, du kannst mir einen Euro zahlen, dann crafte ich dir einen. Nein. Stimmt, ich hab aber auch genug Zeugs dazu. Edgy bitch. Haha. Alter, was geb ich jetzt für einen Timber Mode ohne Scheiß? Du guckst mal, dass du das installiert bist. Gib mir zwei Euro, dann geb ich dir einen. Okay. Okay. Ja, wo bleibt das Geld? Ja, du kriegst morgen per Paypal, okay? Okay, dankeschön. Alter, 6. Oktober. Wie warst du los? Boah, es hat iPhone 5. Echt jetzt? Aha. Ich weiß, dass du's magst, aber ich find's trotzdem geil. Ich mag's, aber ich find einfach andere besser. Ja. Hier hab ich ja pinke Wolle in meinem Inventar. Booyah. 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 Hast du früher auch immer Ding angeschaut? Hm? Ich... Ding... Warte, wer hat mir das erzählt? Kim Possible. Kennst du? Nein. Ich hab AA9 Skills. Was ist AA? Das ist so'n geiler YouTuber, der macht immer so FIFA und so. Alter, der ist so geil. Früher, das hat früher jeder angeschaut. Keine Ahnung, als ich so 8 oder so war. Kim Possible? Ja. Ja, das hab ich früher auch angeschaut. Das hat früher jeder angeschaut. Das war, hallo, das war voll in, ja. Alter, ohne Scheiß. Ich hab irgendwann in den letzten paar Tagen, war ich auf YouTube, hab nach Pokémon-Folgen geschaut. Ja. Bist du dumm? Keine Ahnung. Ich fand früher was lustig. Ich komm jetzt mal zu dir in die Schlucht, okay? Bin ich in der Schlucht gehabt. Ich hab Leben abgebaut. Weil ich ganz viel Leben für mein späteres Hausbruch. Warum denn? Weil ich Leben brauche einfach. Aha. Wow, ach da bist du. Warum kann ich die Scheißwolle nicht aufnehmen? Ach, ich hab 6 Wollen. Das ist graue Wollen. Das ist graue Wollen. Fick dich doch. Ich geh jetzt mal meinen, geh, geh strip meinen. Strip meinen? Kennst du dich? Gib mal deine Eisenachst. Nein. Ach so. Doch, kann schauen wollen. Ich geh strip meinen. Was kann ich denn wegwerben dafür? Also, na. Jetzt nimm das. Da ist drin. Dankeschön. Dieser kaputt weiß. Hau ab da. Danke. Wir da runtergehen, strip meinen. Ja, nein. Also Leute, vielleicht wird es jetzt bisschen langweilig, strip meinen, aber wir könnten ja, Moment, wie lange nehmen wir schon auf neminuten noch kurz ein Gespräch, immer anfangen. Wie lange nehmen wir auf? Neun Minuten. Und wenn die Folge geht, 20 Minuten lang. Aber ich muss vielleicht noch mal fragen. Einmal ist in mental ist einfach viel zu klein. Ganz ehrlich. Aber Hammers, Alter. Aber Hammers. Was? Ich finde, es sollte einfach noch fünf mehr Plätze haben. Mindestens. So. Sollen wir so ein Gespräch zum Anfang oder nicht? Kann ich auch mal wiederholen? Okay. Mann, ich geh mal in ein Gebiet, wo es ein gescheites Holz hat, nicht nur dieses hässliche Dschungelholz. Ja. Kannst du mir bitte auch mit abholzen? Ich baue halt einfach mal ab. Ja. Bau viel ab, bitte. Ja. Ich brauche viel für mein Haus. Weil es muss eh nur ich den interessanten Job machen hier. Nö. Doch, weil ich nehme auf. Ja und? Aber ich dachte, wir hatten geplant vielleicht so ein... Ja, vielleicht... Ah ja, das können wir eigentlich jetzt mal noch erzählen. Genau. Vielleicht nimmt er auch auf, dass wir es dann oben so rechts seine Sicht auch noch reinpacken, weil wir wollten meins als Hauptding haben. Genau. Weil meins nicht so sehr ruckelt wie seins. Jo. Ähm, und dass er dann aber auch aufnimmt und dass das dann oben rechts praktisch so eingeblendet wird. Das würde prinzipiell gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das haben wollt, dann seht ihr seine Perspektive auch. Alternativ könnten wir es auch so machen, dass wir beide aufnehmen und dann... Und dann immer abwechselnd oder so. Ähm, entweder das oder dass wir es einfach auch beide hochladen. Ne, das ist scheiße. Ja. Weil ich finde halt, wenn man oben rechts immer noch ein bisschen die Perspektive vom anderen hat, das stört einfach auch irgendwie ein bisschen, finde ich. Weil das nimmt schon Platz weg irgendwie. Ist hier aber. Das ist nicht besonders viel. Also müsste ich dann immer schneiden und so. Oh, du Arme. Ja, Mann. Ich habe aber noch interessant zu tun. Scheiße. Man denkt. Ja, du bist so. Hast du eigentlich die ganzen Diasst du auch schon? Ich hab 6, du hast 3. Nein, ich hab keine 3. Nein, ich hab keine 3. Du hast vorhin gesagt, du hast 3. Hast du dir eine Spitzhacke gemacht? Nein, hab ich nicht, aber ich hab keine 3. Ich hab sie vorher eigentlich in mein Inventar gepackt, aber die sind irgendwie nicht mehr da gerade. Echt? Also ich hab... 6. Ich hab sie nicht. Ich hab die eigentlich vorher in mein Inventar gepackt. Vielleicht beim Sterben hast du die vergessen, vielleicht liegen die da noch irgendwo... Nein, ich hab das ja alles in die Kiste gepackt. Achso. Keine Ahnung. Bis ich mich verarsche, ist mein Inventar schon wieder voll. Egal, ich geh ja grad eh Diamanten meinen. Was soll ich jetzt wegwerfen? Ähm. 14 Erde oder 2 Eisenerz oder 4 Samen. Alter, dieses Scheiß Gravel nervt so abartig. Das ist so krass, wie das nervt. So, jetzt bin ich auf Ebene 12, jetzt podle ich mich mal hier bisschen rum. Und ich hab Restong gefunden. Toll! Das ist Strip Mining. So, da... Was irgendwie mit... Oh, da oben ist nochmal Restong. Gibt schön viel Erfahrung. Strip Mining for the win. Und was hast du jetzt alles geholt schon? Ja, wie meinst du geholt? ja was heißt es schon alles er bis jetzt ist erster von der Karte ist ein Ohr das Lava Becken alte und das Eisen wo das weiß ich mal kurz erledigt das zu stellen nur kurz zu machen ja ich werde es nicht in die Jahres alles in Hülvergleich so es gibt meinen also hat uns eine Höhle gebracht praktisch sonst muss ich wieder schon irgendwas wegwerfen Alter das ist so nervig okay so hier was hat's denn hier jetzt Eisen das ist schon mal nicht schlecht das hol ich mir mal alles jetzt Kohle schön Kohle ich hatte iPhone 5 hier neulich in der Hand iPhone echt? Ja bei O2 und Vodafone von Schopenhessing die haben es ja ich kenne schon ja schon lang die haben es ist übelst geil wie mit dem Boot hingegangen es ist eigentlich klar es ist eigentlich nicht viel anders als wie bei anderen der Bildschirm ist halt größer geworden aber man kauft sich halt einfach nicht wegen dem größeren Bildschirm aber trotzdem irgendwie wenn du das in der Hand hast fühlt sich das einfach irgendwie nicht explodieren irgendwie einfach geil lang ich weiß auch nicht aber es ist tatsächlich fast bisschen zu lang also doch zu klein wenn ja ich meine es ist einfach bisschen zu hoch sie hätten so bis eigentlich die Breite machen soll weil du so normal in der Handtasse muss dann oben auf den Knopf kommen du musst dich schon umgewöhnt wenn du bis jetzt immer iPhone 4 oder iPhone 4s genommen hast ja ja super ist einfach so ja ja ich weiß aber auch cool der umstecken Creeper ich weiß nicht ich weiß es ist ein bisschen die Lava rummeilen weil ich denke ich würde die ausfinden Oh, hier ist Reisen. Alter, wie viel Redstone hier ist. Es gibt halt fette Erfahrungen, sonst bringt es mir eigentlich nichts. Nein, solange wir keine Ding haben. Slime-Junks. Ja. Aber irgendwie mit Reis Minimap kann man nachschauen, wo es... Boah, scheiße, ich bin der Lava. Scheiße, scheiße. Du bist so dumm, Junge. Alter. Du bist so dumm. Alter, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Was hattest du alles dabei? Schon viel. Dir Mann, da hattest du keine, gerne? Nein. Gold, Eisen, wie viel? Redstone. Du bist ernst, du bist so dumm. Ganz viel Kohle auch. Oh Gott. Alter, scheiße. Kacke, ich bin aber auch dumm. Normalerweise schau ich immer, aber kacke. Alles in der Lava verbrannt. Ernsthaft. Fuck, ich tp' mich mal zu dir. Ja. Ach, kacke. Oh, tp, Eddie. Der B-Scheider. Das ist total mein Ziel. Das ist so... Alter, was ist jetzt? Nein, ernsthaft jetzt. Was ist? Nein! Was hast du gemacht, Junge? Nichts. Na, endlich. Kacke, alter, was ist. Hast du noch den Covid-Stone? Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen warum. Weil ich muss ja wieder Werkzeuge machen, vielleicht. Ach so, ja. In der Kiste, in der einen. Ja, Moment. Ist vielleicht erst mal Holz holen. Ich hab Holz in der Kiste ganz ein bisschen was haben. Okay. Aber lass uns sonst nichts zu viel, bitte. Ja, ich nehm mir nur 30 normalen Dinge. Ich sag's bloß. Als ob ich dir das alles ausnehme. Ich sag's bloß, Junge. Okay. Nein. So, jetzt muss ich mir nur kurz äh, gehen. Nein. Kannst mir ein bisschen steigen jetzt, oder? Ja, ist schon in der Kiste oder? Ja, auch nur zwei. Ja, dann ne, mehr hab ich nicht ohne Scheiß. Okay, dann muss ich mir kurz. Okay, dann muss ich mir kurz. Okay, dann muss ich mir kurz. Der, was ist, ist, wird jetzt nachtig, geht sowieso runter. Hier. Wo gehst du runter? Ja, hier. Ach so, Moment. Ich hab auch. Perfekt, weil dann kann ich mir da was die Koppelform. Ja, hey, du kannst jetzt so einen zweiten Weg machen, oder so. Ein zweites Trip-Mining, oder was? Ja, ich brauche mich jetzt hier runter bis auf ne bestimmte Ebene. Ja, ich auch. Ja, eben, das ist so meine Nachtaktivität. Also in my Crypt. Ja, ja, und sonst? Ich glaube, es gibt in my Crypt noch nicht. Scheiße. Ich will sagen, dass ich in der Folge auch mal die Folge, weil wir sind schon bei 18 Minuten. Okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich hoffentlich nicht mehr sterbe, und so weiter, ne? Ähm, hast du noch irgendwas zu kommentieren? Nö, nö. Nichts? Okay. Daher du bist doch. Ah ja, okay. Äh, sonst noch was nicht? Eisen. Eisen. Okay, also tschüss. Tschüss. Und immer schön rubbeln, ne? Aktiv bleiben. Hey. I creier. Ich creier.